Hey Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute für euch wieder eine neue Folge Beauty News. Ich versuche jetzt wieder zurück in meinen Rhythmus reinzukommen, denn die ersten drei, vier Monate meiner Schwangerschaft haben mich so ein bisschen psychisch und auch physisch aus der Bahn geworfen mit der ständigen Müdigkeit und so diesem leichten Unwohlsein in der Magengegend. Und deswegen freue ich mich so, so sehr, heute wieder ein bisschen mit Schminke rum experimentieren zu können und einfach neue Make-Up-Produkte ausprobieren zu können. Und ich habe heute ein paar neue Produkte von der Marke 183 Days. Also dafür, dass sie ja eigentlich nur zweimal im Jahr was Neues auf den Markt bringen wollen und nach einem halben Jahr wieder rausnehmen wollen, sind wieder neue Produkte rausgekommen und die sehen echt mega geil aus. Wenn ihr wissen wollt, wie die Produkte so performen, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Für all diejenigen, die mir schon etwas länger folgen, ich hatte keinen guten Start mit der Marke. Die ersten Produkte waren für mich ein totaler Reinfall. Mit dem zweiten Launch, also mit der zweiten Kollektion am Anfang, oder war das letztes Jahr? Ich habe voll den Zeitüberblick verloren. Ich glaube, Anfang dieses Jahres wurde es dann besser und ich war tatsächlich richtig begeistert von einigen Produkten. Von der Banana-Range eher nicht so. Und jetzt mit dem Launch einer neuen Kollektion, also von einer kompletten Range, bin ich total angetan und wollte jetzt die Produkte direkt austesten und mit euch zusammen ausprobieren. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Marke so findet. Habt ihr Produkte von der Marke und wenn ja, wie seid ihr damit klargekommen? Nur schon mal so als Info, ich habe Foundation Primer, Concealer und Kontur schon drauf und wir starten mal mit dem ersten Produkt. Und das hat mich eigentlich so getriggert, wo ich mir so dachte, boah, das sieht irgendwie cool aus. Das habe ich auch so noch nicht gesehen. Denn es kann natürlich sein, dass es inspiriert ist, wieder vom südostasiatischen Markt. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Falls ihr es schon mal gesehen habt, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich habe mich mal wieder überraschen lassen und habe das hier gefunden. Und zwar nennt sich das Ganze 183 Days Sparkle Injection. Das sind lichtreflektierende Glitterpearls und die könnt ihr auf Gesicht, Haare und Dekolleté auftragen. Okay, das kommt so aus der Tube bzw. aus der Kanüle raus. Und dann werde ich doch mal... Okay, wie? Was mache ich jetzt damit? Ich verteile das mal erstmal auf meinem Handrücken, damit ihr ungefähr sehen könnt, was das Ganze so ist. Ich denke, ich würde das mal tatsächlich mit so ein bisschen als Highlighter hier mal versuchen auf meinem... Okay, das ist schon richtig Glitzer. Ich trage davon mal doch ein bisschen weniger auf, weil ich nicht so wirklich gerade in Stimmung bin für mega viel Glitzer. Aber so ein bisschen ist okay. Also es ist schon ein sehr grobes Glitzer. Ich gehe mal hier ran. Ihr könnt hier die Glitzerkörnerchen sehen. Das ist dann doch schon ein bisschen was... Nicht wirklich was für einen Alltag. Aber es sieht schön aus im Gesamtbild und es ist nicht ganz so grob, wie ich gedacht hätte. Sondern kann man noch für eine Party oder so zum Beispiel nutzen. Okay, das war das erste Produkt. Gar nicht mal so schlecht. Wir machen weiter mit dem zweiten Produkt. Und hier bin ich etwas skeptischer. Es geht nämlich um die Augenbrauen. Wir haben hier nämlich ein Eyebrow Ink. Das ist ein Produkt zum Einfärben der Augenbraue. So sieht das Ganze aus. Es soll ein natürliches Ergebnis bringen. Uff, da bin ich mir nicht so sicher, ob das natürlich aussehen wird. Ich bin bei Augenbrauenprodukten eh so ein bisschen skeptischer. Okay. Wow, okay, also wenn das mal nicht gut aussieht, dann weiß ich auch nicht. Farbe ist perfekt. Der Auftrag ist super. Es sieht sehr, 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 sehr natürlich aus. Und es ging auch noch sehr schnell. Ohne, dass ich Härchen nachzeichnen musste, ist es trotzdem so, als wäre das meine eigenen Härchen. Not bad, not bad. Ihr werdet immer besser. Und das freut mich natürlich auch, wenn man einfach so ein bisschen an der Qualität und so weiter arbeitet. Okay, also Leute, dieses Produkt hat tatsächlich Potenzial dazu. Nein, es hat nicht nur Potenzial dazu. Ich werde das im Alltag benutzen und in meine tägliche Routine einbauen. Es kann sein, dass es einige stört, dass die Augenbraue so ein bisschen glänzt und so ein bisschen, sag ich mal, fester sitzt. Aber ich gucke mal, ob das jetzt besser wird, wenn ich das Ganze ein bisschen auskämme. Dann sollte das Ganze ein bisschen besser sein. Boah. Also Leute, wenn ihr dieses Produkt seht und eure Farbe dabei ist. Die Farbauswahl war leider jetzt nicht ganz so dolle. Aber wenn eure Farbe dabei ist, dann holt euch das. Es ist so geil. Es ging super schnell und ich habe noch nie so ein Produkt ausprobiert, was so gut auch noch von der Farbe gepasst hat und was die Augenbraue so natürlich auffüllt. Ganz, ganz toll. Also top, 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 hoch 3000. Dann habe ich mir noch zwei Paletten mitgenommen. Und diese Paletten haben mich sehr, sehr überzeugt, direkt auf den ersten Blick, weil die wunderschön aussehen. Ich habe mir einmal die Universe Palette mitgenommen und schaut euch diesen kräftigen Lilaton an. Ich hoffe, der wird genauso aussehen wie im Fändchen. Das ist ja immer ein bisschen schwieriger, sag ich mal, die Pigmentierung dann auch direkt aufs Augenlid zu bekommen. Aber ich probiere es mal mit einem Primer. Und dann habe ich mir noch die Galactic Palette mitgenommen, weil ich überlegt habe, dieses Lila einfach mit diesem Orange hier zu mischen. Weil das ist auch eine mega schöne Farbe. Und habe ich so in der Drogerie eher dann schon mal bei Love gesehen, aber nicht in... Also habe ich jetzt noch nicht so gesehen in dieser Zusammenstellung und mit dieser Konsistenz. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Ich werde trotzdem ein Primer auftragen. Dafür benutze ich von Essence den You Better Work Primer. Und trage den erstmal auf das Augenlid auf. Hier, jetzt war ich so abgelenkt vom Augenbrauenprodukt positiv, dass ich total vergessen habe, mein Gesicht abzupudern. Das werde ich jetzt machen mit dem Mislin Make It Last Forever Puder. Und dann werde ich noch so eine dickere Puderschicht unter das Auge geben, damit, falls was runterkrümelt, dass ich nicht nochmal alles neu machen muss. So, jetzt habe ich auch so ein bisschen Puder unter das Auge gegeben, damit, wenn es gleich runterkrümelt, dass ich das ganz leicht wegwischen kann. Ich gehe jetzt mit dem Pinsel in die Farbe Aurora rein und probiere es mal aus. Mal schauen, wie das jetzt auf dem Augenlid vorkommt. Und weil die Farbe der einzige Ton ist, der matt ist, werde ich das Ganze jetzt nochmal zum Verblenden benutzen und habe ein bisschen Farbe auf den Blenderpinsel gegeben, aber nicht zu viel, damit ich das in Ruhe ausblenden kann. Das hat jetzt richtig gut geklappt. Das hat sich gut ausblenden lassen und die Farbe sieht fast genauso aus wie im Pfändchen. Ein bisschen ist verloren gegangen, aber würde ich jetzt noch mehr Zeit aufwenden und das so langsam aufbauen, dann würde ich auch zu dieser Farbe hinkommen. Aus der Galactic Juice Palette werde ich jetzt dieses Lipari benutzen. Das ist so ein, ja, ich würde sagen, so ein smoky, smokiges Lila. Damit werde ich jetzt einfach in und aus dem Winkel so ein bisschen vertiefen. Okay, auch das hat sehr, sehr gut geklappt. Ich habe dennoch ein bisschen Fallout, finde ich aber jetzt nicht schlimm, weil dafür sehr viel auf dem Augenlid generell gelandet ist und deswegen kann ich da sehr gut auch hinüber, drüber hinwegsehen. Ich mache weiter mit Molokini. Die Farbe habe ich euch gerade eben schon gezeigt. Ist so ein gelb-orange. Damit werde ich jetzt auch nochmal mit einem flachen Pinsel drüber gehen und direkt in dieser Aussparung auftragen. Da diese Farbe ein bisschen mehr krümelt, werde ich den jetzt ansprühen. Dafür benutze ich das Hydrating Spray von Catrice und gehe nochmal in die Farbe rein und trage das auf. Einfach für ein noch intensiveres Ergebnis. Oh, okay, da kommt die Farbe jetzt mal so richtig raus. Und das Ganze ohne Crease-Cutten. Oh, es tut so gut, mal wieder so richtig, richtig sich zu schminken heute. Übrigens wollte ich mich auch nochmal jetzt an der Stelle bedanken an das ganze Feedback, was gekommen ist zu meiner aktuellen Umstellung und zu der aktuellen Lebenslage. Vielen, vielen Dank für euren Support und dass ihr das alles so unterstützt. Und ja, das erleichtert doch irgendwie alles in meinen Gedanken und in meinem Leben. Und schreibt mir gerne, wenn ihr noch ein paar mehr Dinge erfahren möchtet oder wissen möchtet, dann versuche ich die natürlich auch nochmal mit euch zu teilen. Und einfach meine Gefühle darzulegen, ohne irgendwas zu beschönigen oder so. Um einfach euch zu zeigen, dass, ja, das nicht alles perfekt ist. Aber dass man sich glücklich schätzen kann, dass alles, was im Leben passiert, irgendwie dann doch, ja, schön ist. Und dass alles irgendwie Sinn ergeben soll. Ich glaube, mein Satz hat jetzt gerade keinen Sinn ergeben. Aber ist auch nicht schlimm, ihr wisst, was ich meine. Das Gekrümel hier wische ich nun ganz, ganz sanft und zart weg, damit auch nichts hängen bleibt auf der Haut. Und so habt ihr auch schon die untere Augenpartie wieder sauber und könnt hier dann weiterarbeiten. Ich werde jetzt diesen matten Lila-Ton auch wieder auf das untere Augenlid auftragen. Übrigens habt ihr keine Spiegel in der Lidschattenpalette, aber dafür eine sehr, sehr schöne Pappverpackung. Ich finde, die sieht sehr, sehr schön edel aus. Und ich werde so langsam, ich glaube, ein kleiner Fan dieser Marke. Wer hätte das gedacht? Aber, ja, kann alles passieren. Und ich bin froh, dass ich es weiterhin probiert habe mit der Marke. Und als besonderes i-Tüpfelchen gehe ich nochmal in die Universe Milk Palette und trage dieses ganz, ganz krasse Perlmutt-Fadene, was auch immer. Ja, das ist irgendwie so ein Weiß, aber mit so rosa Pigmenten drin. Und das trage ich jetzt in den Innenwinkel auf. Wow. Das ist richtig schön. Als hätte ich hier so einen Stein aufgeklebt. Sehr, sehr, sehr schön. Boah, ich bin richtig, richtig happy. Das ist nach langer Zeit, wo ich mal so ein bisschen wieder was kräftigeres auftrage, dass es so was Schönes ist. Und es ist günstig und erschwinglich. Ja, das sind nun beide Seiten fertig. Ich bin definitiv so was von positiv überrascht. Und die Farben sind super. Der matte Ton aus dieser Palette ließ sich wunderbar ausblenden. Und ich habe normalerweise nicht immer so gute Erfahrungen mit dem Ausblenden von Drogerie-Matten-Tönen. Aber bei der Palette, in dieser Palette ging das wunderbar. Auch die Schimmertöne ließen sich sehr gut ineinander verblenden. Und wie ihr sehen könnt, sind die auch sehr, sehr gut pigmentiert. Und ich habe da nur einen Essence-Primer benutzt. Ihr könnt da irgendeinen Primer nehmen. Es geht einfach darum, dass nicht so viel auf euer Auge bzw. unter euer Auge landet. Auf euer Auge schon, aber am besten nicht unter eurem Auge. Und so habt ihr auch eine schöne, saubere, untere Augenpartie. Also wenn ihr euch für so ein paar schöne, kräftige Farben interessiert, die nicht jede Palette in der Drogerie hat, dann schaut euch die unbedingt an. Das sind super... Also mit denen kann man super arbeiten. Ich würde mir vielleicht noch wünschen, dass so ein, zwei mehr matte Farben drin sind pro Palette, damit man irgendwie noch einfacher mit den Looks arbeiten kann. Aber wie ihr sehen könnt, funktioniert das auch so wunderbar. Und wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Und zwar geht es um den Cushion Eyeliner von 183 Days. Und da hat mich das Design sehr getriggert. Und ich fand das sehr, sehr schön. Ähm, leider habe ich zu spät gemerkt, dass mein Produkt schon benutzt wurde. Aber ich weiß auch nicht genau, ob ich den Pinsel verwenden möchte. Bei einem Cushion Eyeliner geht es darum, dass hier so eine Art Kissen drin ist. Und dieses Kissen ist getränkt mit der Farbe, ja, entweder mit Eyeliner, mit Rouge oder ja, was auch immer. Ich werde jetzt eine Seite versuchen, mit diesem Pinsel hier den Strich zu ziehen. Aber ich denke, mal gucken, vielleicht nehme ich auch meinen eigenen Pinsel. Okay, also was ich positiv anmerken möchte, ist, dass die Farbe sehr schön schwarz ist. Die, äh, der Zug an sich ist auch sehr präzise. Aber ich muss da jetzt so oft in dieses Kissen reingehen, ähm, weil mir das immer auf dem halben Weg ausgetrocknet ist. Und, ähm, ich den Strich nicht zu Ende ziehen konnte. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal meinen Pinsel genommen, um zu schauen, ob das vielleicht ein bisschen besser geht. Oh ja, deutlich besser. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Ob es am Pinsel liegt oder ob der jetzt einfach schon, weil er jetzt einfach benutzt war. Aber, ähm, ich gehe dann doch lieber mit meinem eigenen Pinsel rein. Also ich muss sagen, der Eyeliner ist zwar ganz okay, aber da gibt es deutlich bessere. Das ist jetzt, äh, zwar vom Design her ganz süß. Für mich lohnt sich das aber nicht, weil ich dafür nicht so die Zeit habe, jedes Mal zu warten, bis, äh, bis ich da wieder reingetunkt bin. Weil er ein bisschen zu trocken ist. Dann habe ich noch etwas, was ich, ähm, als i-Tüpfelchen benutzen möchte. Und zwar ist es dieses Pop-Eyeshadow-Ding. Das ist, ähm, ganz interessant. Und zwar ist es hier so ein Applikator, wie so ein Lipgloss. Und so stelle ich mir das auch vor, dass es einfach nochmal so als Topper ist für, ja, das Augenmakeup. Damit man, ähm, nochmal so einen Hingucker hat. Und das trage ich jetzt mal hier in die Mitte auf. Ich glaube, das ist ganz cool, wenn man so diesen Wetlook erzielen möchte. Okay, das wurde jetzt auch schon silbriger. Ich meine, hier ist es noch mehr, das Orange. Und auf der Seite, äh, auf der anderen Seite, wo ich es noch nicht aufgetragen habe, kommen die Silberpigmente durch. Ja, kann man machen, so als i-Tüpfelchen oben drauf. Ich finde aber jetzt... Ich fand das Augenmakeup davor ein bisschen schöner, muss ich ehrlich sagen. Aber ist ja nicht schlimm. Okay, das ist nun das Augenmakeup. Wir machen weiter mit der Mascara. Und da habe ich, ähm, was ganz Cooles entdeckt. Ich fand das vom Design her ganz schön und von der Verpackung her auch sehr praktisch. Und zwar ist das hier die Ready-to-Lash-Mascara. Und, ähm, die hat ein normales Bürstchen, auch wenn die Verpackung ein bisschen kleiner ist. Aber ich finde es gut, wenn die Verpackung ein bisschen kleiner ist. Und damit trage ich jetzt Mascara auf. Ist jetzt nicht so viel passiert, ne? Und so, bei der Mascara könnt ihr auch eine von Essence nehmen. Ich zeige euch mal, wie es aussieht, wenn ich für meine unteren Wimpern die Essence, die You Better Work Mascara nehme. Da sieht man schon einen Unterschied. Meine Wimpern sind aber auch so fein, die brauchen so richtig viel Mascara. Das ist nun das fertige Augenmakeup. Ich bin übertrieben glücklich. Ähm, eher mit den Lidschatten als mit dem Eyeliner und mit der Mascara. Aber bisher sind meine absoluten Favoriten die Paletten und das Augenbrauenprodukt. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist immer noch top. Sieht super aus und ich bin sehr happy drüber. Als nächstes habe ich hier dieses Rouge. Und zwar Touch of Rose nennt sich die Farbe. Das ist, ähm, ja, wie soll man sagen? So ein Schwamm-Puder-Ding. Oh, das ist auch so ein bisschen bouncy. Hört ihr das? Ja gut. Ähm, ich klopfe ein bisschen ab und trage das ganz leicht hier in dem Bereich. Auch ich will nicht zu viel bekommen, weil normalerweise nehme ich immer einen Pinsel und dann verteilt sich das ganz gut. Aber das ist auch nicht schlecht. Okay, auf der Seite sieht es besser aus. Die Frage ist, ob ich das jetzt nochmal ausblenden möchte mit einem Pinsel. Aber ich glaube schon. Ich probiere es nochmal hier mit dem Pinsel. Das ist ja ein Puder-Produkt. Da muss ich jetzt nicht unbedingt mit einem Schwamm reingehen. Wow, okay, das ist eine richtig schöne Farbe. Dieses Puder hat auch Potenzial dazu, in meine Routine reinzukommen. Das sieht sehr, sehr schön aus. Die Farbe ist frisch. Das ist auch nicht zu viel. Gerade wenn man ein stärkeres Augen-Make-up hat und dann noch zu viel Rouge drauf hat, dann kann das manchmal so ein bisschen irritieren. Aber das ist vollkommen okay. Darüber bin ich auch sehr, sehr happy und ich bin froh, dass dieses Video so einen guten Lauf gerade hat. Für die Lippen habe ich dieses Ready-to-Lipstick gefunden. Das ist eine sehr, sehr dunkle Farbe, aber ich dachte, die passt ganz gut zum Augen-Make-up. Und ach, das ist gar kein Gloss, das ist ein Lippstift. Schaut mal. So sieht das aus. Das hier ist ein, ich würde sagen, so ein Himbeerton. Und ich hoffe, der ist deckend genug, dass ich die ganze Lippe damit ausfüllen kann. Und ich hoffe, das passt jetzt ganz gut vom Unterton her zum Augen-Make-up. Okay, wow. Ich war schon lange nicht mehr so begeistert von einem etwas stärkeren Look aus der Drogerie. Also ich war immer so ein bisschen zufrieden, aber nicht so extrem begeistert. Und das Lippenprodukt hat mich auch nochmal positiv überrascht. Ihr müsst hier nur aufpassen, die Pigmentierung ist super. Es ist auch sehr schön matt, aber dafür ist der Lippenstift an sich auch ein bisschen trockener. Das heißt, ich musste mit einem Lippenpinsel drüber gehen, weil der sich nicht so gut vom Lippenstift direkt auf die Lippe auftragen ließ. Also habe ich mit dem Lippenpinsel nachgeholfen, auch die Kontur nachgemalt mit dem Lippenpinsel. Und dann klappt das auch wunderbar. Und das ist hier nun der fertige Look. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu jetzt sagt. Würdet ihr euch jetzt die Produkte mal ein bisschen näher anschauen? Würdet ihr jetzt auch sagen, dass ihr immer mehr Fan von dieser Marke seid? Oder seid ihr eher immer noch ein bisschen, ja, verschlossener gegenüber dieser neuen Marke? Immerhin ist sie noch relativ neu und es mussten viele andere Marken dafür gehen. Ja, da schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat und der Look gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Hier kommen die zu meinen zwei letzten Videos. Und ich verpacke euch mal noch ein Beauty-Video rein, weil in meine zwei letzten Videos viel um das Thema Schwangerschaft ging. Und hier könnt ihr mich abonnieren. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mua!